Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schöner seid ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein Make-Up Tutorial für euch und zwar zu diesem Abend Make-Up Look hier, beziehungsweise Party Make-Up Look. Also das ist eigentlich so mein Standard Make-Up, das ich auftrage, wenn ich fortgehe, also in Bars oder Clubs. Das war tatsächlich, ich glaube das letzte Mal vor ungefähr drei Jahren der Fall. Und ich dachte mir, okay, so oft gehe ich nicht weg, deswegen kann ich mich auch so ein bisschen schicker machen. Und das ist dabei rausgekommen. Also falls ihr wissen möchtet, wie ich diesen Abend Make-Up Look hier geschminkt habe, dann bleibt es gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020